Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Zwei Männer wie marokkanischer Tee. Okay, zwei erlesende Zutaten und zuckersüß. Das kriegt ihr heute von uns geboten beim Tele-Stammtisch. Wir sprechen über Deserts, Dessert oder Desert für eine Handvoll Dürren, der am 27.06. im deutschen Kino angelaufen ist. Und so eine kleine Arthouse-Perle, sage ich schon mal vorweg. Aber ich bin natürlich jetzt nicht wieder alleine. Ich habe mir einfach den leopathischsten Kreditteil im Movie-Tümpel namens der Tele-Stammtisch rausgesucht, nämlich Johannes. Hi, Johannes. Aber ich bin ganz verzückt von dieser Anmoderation und ich wäre natürlich sofort bereit, auch in so einem schäbbigen Auto durch die marokkanische Wüste mit dir zu fahren. Eine Scheiß, wollen wir das machen jetzt? Nein, wollen wir nicht. Ich habe mich nämlich, das kann ich schon mal wegnehmen, ich habe während des Guckens des Films in der PV, habe ich mir gedacht, ja Mensch, eigentlich wäre cooler, wenn man vorher so ein Handout kriegt und dann so, vielleicht gucken sie sich nochmal so die marokkanische politische Lage an und so ein paar Sachen, wie es da abgeht oder auch sozial. Weil das ist mir dann immer beim Gucken bei Ländern, wo ich mich halt null auskenne. Und dann wollte ich den zweites Mal gucken. Ich nehme vorweg, es hat nicht geklappt. Aber ich habe mir jetzt mal die marokkanische politische Lage und alles so angeguckt und da wird irgendwie ein bisschen mehr der Schuh für mich raus. Und da wird der Film noch ein bisschen interessanter. Aber bevor wir da jetzt so ein bisschen Zwischenquatschen, wir haben die ja so ein bisschen eingeteilt. Ich würde mal sagen, du legst mal los und erzählst uns, um was es da eigentlich geht in dieser Arthouse-Perle, wie ich sie benannt habe. Ja, Deserts ist ein Mix aus Komödie, Drama, Western und Satire. So wird es zumindest auf der Seite des Filmverleihers bezeichnet. Und der Film begleitet in der ersten Stunde die beiden Freunde Medi und Hamid, die für ein Inkasso-Büro arbeiten und halt mit ihrem schäbigen Auto durch Marokko fahren und da halt bei Leuten anklopfen, die noch Geld schulden und dann halt guckt, was haben sie da einzutreiben. Und das ist ihr Job. Und in der zweiten Hälfte driftet der Film ab und lässt uns und die beiden in der Wüste stehen, sage ich einfach mal. Ja, das ist definitiv so. Man steht da so ein bisschen wie mit Satt vorm Kopf und weiß erst mal nicht, hä, was ist denn da jetzt los? Aber bleiben wir mal in der ersten Hälfte des Films. Die ist ja schon doch ein bisschen lockerer, ein bisschen unterhaltsamer und nimmt uns ja mit den beiden Jungs so richtig an die Hand. Der eine ist ja eher, ja, wie soll ich sagen, der hat eine Freundin, wenn man das da so nennen kann schon, lässt sich aber auch von deren Eltern so relativ unterbuttern und sagt immer ja und arm zu allem. Der andere hat halt eine Tochter, mit der er bei seiner Mutter lebt, die aber eigentlich eher die Tochter verkaufen schon will, weil ihm seine Frau verlassen hat. Aber nach außen stellen die beiden das ja auch komplett anders dar und sind eigentlich auch schon so die richtigen Loser-Typen. Oder wie siehst du das? Ja, allgemein zeigt dieser Film ganz viel Elend. Also am Anfang weiß man auch überhaupt noch nicht, woran man eigentlich ist. Die beiden laufen halt auch, das ist ganz surreal, durch diese marokkanische Leere in Anzügen und treffen dann halt auf unterschiedliche Bauern, Bäuerinnen und was auch immer. Also wirklich Leute, die gar nichts haben und versuchen denen halt rauszuziehen, was geht. Und selber geht es denen halt auch scheiße. Also später merkt man dann halt auch, die Arbeiten halt für so ein Unternehmen, was halt auch total auf ihre Angestellten scheißt und es einfach auch nur ums Geld geht. Es ist alles furchtbar eigentlich. Wo wir bei Hamid und Mehdi sind, stell dir mal jetzt vor, so ein Gedankenspiel. Die stehen jetzt vor deiner Tür und wollen das Geld für deinen Kredit haben, den du seit Monaten nicht abbezahlen konntest und wir gehen davon aus, du hast das Geld jetzt nicht. Wir wissen, du bist steinreich, du hast Kohle, du hast 35 Porsches in der Fischer-Pies-Garage stehen, alles cool, aber du hast jetzt kein Geld. Wie würdest du dich, weil das ist, finde ich, ein ganz geiler Punkt bei dem Film, die Leute reden sich ja mit verschiedensten Ausreden raus, manchmal humorvoller, manchmal ein bisschen doch ernsthafter, wenn man drauf schaut, aber immer sehr facettenreich. Wie würdest du dich denn da rausreden bei den beiden Jungs? Boah, das ist eine gute Frage. Also es gibt schon sehr, also im Film werden schon sehr, ja, auf trauriger Weise so kreative Möglichkeiten gezeigt, irgendwie mit dieser Situation umzugehen. Ich glaube, ich würde einfach das machen, was der Handwerker mit denen macht. Ich würde mich, glaube ich, einfach mit denen besaufen und dann hat sich das im besten Fall erledigt. Was würdest du machen? Was ich machen würde? Ja, das ist geil. Ich habe mir die Frage aus gar nicht überlegt, was ich machen würde. Aber ich glaube, es mit dem Besaufen finde ich sehr gut, aber wahrscheinlich würde ich denen so eine Geschichte auftischen, ja, ist gerade alles abgebrannt zu Hause, das Haus hier gehört gar nicht mir, ich wohne hier nicht, ich bin hier einfach nur zu Besuch und kommen sie doch rein. Und dann würde ich den einfach der stillschäbigsten Raum im ganzen Haus hier zeigen, am besten irgendeinen Kellerabstellraum sagen, hier muss ich jetzt auch schlafen die ganze Zeit, ich habe noch nicht mal ein Kopfkissen und eine Decke. Also ich würde so auf elend traurig, glaube ich, ich würde es versuchen, so richtig auf die Tränendrüse, so richtig schäbig halt. Nachvollziehbar. Ja, ja. Aber du hast ja auch schon erwähnt, dass sie ja für eine Firma arbeiten und das ist ja so ein kleines Highlight für mich bei dem Film. Die stehen ja alle in ihren Pastellanzügen und dann müssen sie sich ja nach der Farbe irgendwie aufgeteilt aufstellen und die Chefin hatte ja auch in Klammern, nennen wir das mal einen Skiunfall und keiner hat ja da Geld und die schlägt ihnen ja ein neues Geschäftsmodell vor, dass die halt alle jetzt gegen Provisionen arbeiten dürfen als Selbstständige. Und der Film hat ja öfter so eine, ja, so eine typische, die ganz Reichen werden ja noch reicher dadurch, dass sie das Geld bei den ganzen Armen rausziehen und Umkehrschluss machen die beiden ja auch nichts anderes. Kann dir das auch so sehr stark sozialkritisch schon vor, also Arm gegen Reich, gleich von Anfang an? Ja, auf jeden Fall. Der Film zeigt ja auch sehr gut, dass die beiden, also man weiß ja am Anfang nicht, woran sind wir mit den beiden. Also die beiden hätten ja selber auch in einer guten Position sein können, aber der zeigt ja einfach, dass hier arme Leute gezwungen werden, noch ärmere Leute auszubeuten, um überhaupt irgendwie am Leben zu sein. Also alle werden irgendwie gezwungen, das Nötigste zu tun, um zu überleben und daraus zieht der Film dann so einen super skurrilen, stoischen Humor. Also der ist schon irgendwie lustig aber das Timing ist schon sehr oft. Also ich weiß gar nicht, sind das Pointen überhaupt? Also der ist halt schon sehr schräg auf so eine langsame Art und verbindet das halt mit dieser, es geht um Ausbeutung, es geht um Armut, kann ich irgendwie ganz groß sagen, es geht halt um Kapitalismus und wie Leute halt in diesem System versuchen zu überleben, ja. Also wir haben ja schon erwähnt, das ist ja eher so fürs Arthouse-Publikum wahrscheinlich ganz stark ausgelegt. Auch der Regisseur, hoffentlich Gott, das ist immer super bei solchen Namen, Faouzi Vinsaidi, der ist ja auch so Dauergast in Cannes und bei so größeren Festivals, aber man muss auch sagen, der ist natürlich auch ein, er kann es auf und heute sagen, ein Macher, ne. Der macht die Regie, das Drehbuch, den Schnitt, spielt auch noch eine Nebenrolle. Da kann man ja schon mal einen Hut vorziehen. Auf jeden Fall. Ich finde, also man kann dem Film auch nicht unterstellen, dass der nicht, also dass der nicht viel möchte. Der ist, man merkt schon, der ist ambitioniert, das steckt, glaube ich, sehr viel hinter und auch dieses Kuriose, also dieser schräge Humor, der hat schon irgendwie was, auch wenn er bei mir nicht ganz zünden konnte. Also es gibt eine Beispielszene, ich will das gar nicht alles verraten, weil das ist auch schon in der ersten Hälfte irgendwie der Reiz, aber die beiden haben halt ein Auto und denken sich ja, ein Cabrio wäre irgendwie cooler. Dann lassen sie das Autodach absägen und dann gibt es gefühlt ein paar Szenen, später eine Szene, wo sie halt im Regen stehen und natürlich machen sie dann das Autodach wieder drauf. Und auch auf eine sehr merkwürdige Weise, aber das ist auch nochmal ein Witz für sich. Ich finde, der Film gerade in der ersten Hälfte, wir kommen gleich zum Switch des Films, ist ja da schon, ich wollte gerade, ich habe letztens über Bodycop-Filme, ich wollte gerade Bodycop-Community sagen, der ist eigentlich schon dann doch so ein Road-Movie, ein bisschen schwarzmogiger, mit kritischem Unterton. Aber der ist ja schon auch sehr episodenhaft und ich hätte mir auch vorstellen können, dass das einfach, ja, irgendeine Sketch-Show ist, die da halt mit den zwei Hauptfiguren abläuft. Wie kam dir da so der erste Teil vor? Ja, es gibt halt lange, also es gibt lange, beziehungsweise vielleicht gibt es auch generell keine wirklich so stringente Handlung, weil wie du sagst, in der ersten Hälfte sehen wir halt einfach die beiden, wie sie bei unterschiedlichen, ja was sind das denn dann, KundInnen? Schuldnern. Genau, SchuldnerInnen sind und da halt versuchen, das rauszuleiern und es gibt immer wieder absurde, also dann sitzen sie halt plötzlich mit einer Ziege im Auto, weil sonst hatte die Person halt nichts und es hatte irgendwas von einer Sketch-Show, aber halt schon, du hast Arthouse gesagt, das ist jetzt nicht irgendwas wie, weiß ich nicht, Switch Reloaded. Das ist halt, also da dauert halt ein Sketch lange, also das wird schon sehr lange gezogen. Es gibt eine Szene, da klopfen sie irgendwie an so eine Haustür oder so eine Mauer, also so eine Tür in der Mauer und dann klettern die Kinder hinten raus, damit die Mutter nicht die Tür öffnen kann und das wird halt lange. Also die ganzen Szenen werden alle sehr lang ausgebreitet. Hat für dich denn dieser Humor funktioniert? Ich muss sagen, ich hatte gerade mit dem Humor richtig viel Spaß. Ich glaube auch deutlich mehr Spaß, als man haben dürfte bei einigen Szenen, weil ich da, in der schwarzen Morgenecke bin. Das hätte mir für mich so ein bisschen bitterer sogar teilweise manchmal sein können. Aber ich hatte auch richtig mit Spaß, auch gerade bei den Kids, was sogar der ZD rüberklettern, da hat man ja noch das kleine Ding, die kommen ja alle natürlich, was für den Film auch untypisch ist, mit wirklich mit kompletten Markenklamotten da rum und ja, wir können aber unsere Schulden nicht bezahlen und dann haben wir ja auch einen Schuldner, der draußen dann schläft in dem Auto und weil seine Frau ihn nicht mehr reinlässt und weil man ja doch irgendwie so ein bisschen Schablondecken hat und jetzt gerade denkt, ja, die Männer sind halt so die Chefs zu Hause in muslimischen Familien. Ja, Leute, wenn ihr ja schon mal öfter bei einer muslimischen Familie wart, die Frauen haben da doch schon öfter die Partoffeln an und wenn nicht, dann fliegen die auch mal dem Mann gegenüber, weil die sind doch schon ein bisschen die Chefin. Mutti ist schon das Wichtigste und das ist in dem Film halt so schön persifliert und ich konnte ja richtig schön lachen. Ich habe jetzt im Nachhinein auch, obwohl ich da gar nicht drin bin, mir auch sagen lassen, für Leute, die des Artworks-Kinos etwas mächtiger sind und der Name Aki Kauris-Mäki was sagt, der hat auch so einen ähnlichen Humor und da werde ich jetzt auf jeden Fall mal ein paar Filme nachholen und mal gucken, ob das bei mir dann auch so ankommt wie der Humor, weil den fand ich richtig, ich fand es unterhaltsam. Ah, super spannend, dass du den Namen ansprichst, weil den hatte ich tatsächlich auch im Kopf. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen, also Aki Kauris-Mäki ist auch langsam, aber das hier ist langsamer. Also Aki Kauris-Mäki ist ein bisschen zugänglicher, was das angeht. Der hat auch so eine sehr verschrobene Art und seine Charaktere, denen geht es auch irgendwie immer elendig und deren Welt ist auch irgendwie niederschmetternd, aber das hier ist noch mal sperriger auf jeden Fall. Dadurch muss ich auf jeden Fall seine Filme gucken, wenn er noch zugänglicher ist, weil da habe ich richtig Bock zu. Ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ist, ja, ich habe auch erst ein paar Filme von ihm gesehen, ich habe auch vor, da noch mehr nachzuholen, aber das sind auch so Filme, also ich habe so einen Kurzfilm von ihm gesehen, wo ein Barmann begleitet wird und der war so niederschmetternd, aber auch irgendwie komisch und empathisch, aber da habe ich gedacht, jetzt muss ich erst mal ein bisschen Pause machen mit Kauris-Mäki, weil ich irgendwie sonst denke, dass irgendwie alles schlimm ist. Aber auch, also auf eine gute Weise, ist ganz komisch. Ah, Götter, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Dann werde ich nachher mal gucken, ob ich irgendwo welche schon finde. Da habe ich, da habe ich wirklich Lust zu. Man muss auch nicht immer gute Laune haben nach dem Film. Aber apropos nicht mehr so gute Laune, der Film haben wir schon gesagt, der wechselt ja, weil sie haben ja eine sehr, ich sage mal für sie, sehr lebensentscheidende Begegnung an einer Tankstelle, wo sie eigentlich nur sitzen und sich ein bisschen unterhalten und was trinken. und da kommt ein Polizist, ist der ältere Mann oder sowas in der Art und hat halt einen Gefangenen hinten auf seinem Roller, Motorrad und bietet ihn halt an, den Jungs, ey, pass auf, für 3000 Dürrham, das Währung, würdet ihr den bitte, ja, einfach mal zur Polizei bringen, zu den Behörden, weil er das nicht mehr schafft, weil er gerade familiär was anderes zu tun hat. Und ja, das machen sie und der ganze Film nimmt von diesem locker etwas zwar sozialkritischen und hintergründigen, aber immer sehr leichten Attach und auch relativ doch dafür zwar langgezogen, aber zügiger als jetzt, nämlich eine richtige Wendung, denn wir kommen jetzt in so eine sehr schicksalsschwere, emotionale, tragische, ja, Western-Look-artigen, mythologisch angehauchten, ach, Western hatte ich schon gesagt, aber Western, ja, und für dich der Switch gepasst in dem Film? Also erstmal muss man sagen, diese Begegnung mit dem alten Mann hat, finde ich, also für mich haben die Gags nicht so funktioniert, aber also der Gag mit dem Telefon, ich verrate ihn jetzt nicht, weil der ist zu gut, der ist zu absurd, der hat für mich richtig gut funktioniert, weil der war wirklich so bitter tragisch, in was für eine Situation er hineingerät, falls man das so sagen kann, also das fand ich schon irgendwie super gut, die zweite Hälfte, also die erste Hälfte war schon gediegen, in der zweiten Hälfte wird das Tempo komplett rausgenommen, das ist absurd, wie langsam ein Film sein kann, also und auch wie sehr er sich irgendwie von einer Handlung entledigen kann, oder? Ja, aber da, also für mich kam, also der erste Teil hat hin und wieder auch wirklich ein paar schöne Bilder, aber beim zweiten ist mir das nochmal deutlich mehr aufgefallen, wie schön so ein paar Einstellungen sind, wenn gerade die beiden Jungs am meisten irgendwo auf so einem Berg, an der Wüste stehen, und du diese richtig schönen Weiten hast, und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt nicht so viel Kohle hatten, dass da irgendwas mit CGI gemacht wurde, und es sieht auch gar nicht danach aus, aber das sind richtig echte Aufnahmen, und da dachte ich schon, boah, das ist schon geil, da würde ich schon auch gerne mal stehen, oder zumindest mir das mal angucken, weil da sind schöne Weiten, schöne Bilder, also Marokko ist ein karkes, aber schönes Land in dem Punkt, also da, das hat mich dann schon wieder ein bisschen mehr mitgenommen, aber wie du meinst, kein Tempo, wie, ja, das hat sich dann nicht so ganz angefühlt, und ich bin auch so mit Western, das ist gar nicht mein Bier eigentlich, und, ja, das kann ich mal kurz vorwegnehmen, wir haben da halt den Verbrecher, der klaut den beiden Jungs dann auch noch ihr liebgewonnenes Auto, überfällt irgendwie noch eine Bank, und holt sich jetzt halt von, ich nenne es mal seinem Widersacher, jetzt seine Frau wieder, das ist auch alles sehr hart dargestellt, also wirklich hart dargestellt, und auch sehr wortlos, nehmt einen gar nicht mehr an die Hand, was die erste Hälfte schon nicht da war, aber jetzt haben wir halt wirklich so ein, ja, Rache, Western, und beim Ende wusste ich, ich wusste beim Ende eigentlich auch gar nicht mal, was es geht, wie ging's dir da? Ja, vor allem muss man ja sagen, das, was du jetzt in drei Sätzen abgehandelt hast, dauert halt eine Stunde. Ja. Also, das ist schon, also irgendwie finde ich das sehr bemerkenswert, und auch wie du sagst, diese karge Wüste in Marokko, das sind schon einige beeindruckende Bilder, und das ist schon, das passt ja auch zu dieser Leere, und dieser kaputten irgendwie Gesellschaft, so wie das dargestellt wird, wo ja wirklich Elend herrscht, und das spiegelt sich dann irgendwie auch in der Natur wieder, aber, also ich glaube, das sollte auch was, also ich glaube, Leute, die was in dieser zweiten Hälfte sehen, finden das, glaube ich, sehr poetisch. Ich fand das wirklich leider übelst langweilig, das hat mich krass verloren, und ich war auch zum Teil, dadurch, dass ich mich so gelangweilt habe, ich konnte mich da auch ganz schwer darauf fokussieren, und mir ging es dann zum Teil auf diese, ich habe dann Szenen gesehen und gedacht, was, warum, warum läuft hier auf einmal eine, eine Menschenmenge durch die Wüste, das wird dann irgendwie erklärt, aber, es gibt so Szenen und so Momente, wo ich gedacht habe, wieso, und für mich dann nicht auf diese faszinierende Weise, wo ich gedacht habe, wieso, ich möchte mich damit beschäftigen, sondern so ein, wieso, und dann hoffe ich einfach, dass es vorbei ist. Das hatte ich halt auch, und gerade bei Szenen wie du meinst, mit der Menschenmenge, wird ja dann auch, da sind ja die beiden Jungs auch mit dabei, wieder zwischendrin mal, also die kommen in der zweiten Hälfte sehr, sehr wenig vor, aber da sind sie dann wieder mit dabei, unterhalten die sich ja auch, und da war für mich dann dieses Ding, ich hätte gerne mehr politischen Background gehabt zu Marokko, und wissen, warum, wieso, wie es in dem Land gerade vor sich geht, um diese Szenen auch vielleicht besser zu verstehen, und jetzt mit Nachinformationen, kann ich es auch immer noch nicht besser verstehen, weil mir das nicht viel mehr geholfen hat, aber zum Ende hin fand ich dann doch, gerade mit der Schlussszene, die wir jetzt natürlich nicht vorwegnehmen, aber hat das für mich dann doch ein bisschen mehr Sinn ergeben, also zumindest, wo die beiden sich befinden, oder war dann bei dir immer noch ein Fragezeichen? Ja, doch, das hat schon gepasst, und hatte dann auch wieder so, dann kam halt auch dieser absurde Humor, also diese, also da kam halt dieser absurde Humor wieder rein, das ist halt auch so ein Film, also wir haben im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, so, solche Filme, die sich mit so wichtigen politischen Themen beschäftigen, die brauchen ja eigentlich auch ein breites Publikum, damit irgendwie, wir im Westen halt auch mal merken, ja, keine Ahnung, wie sieht es denn in Marokko aus? Keine Ahnung, aber dadurch, dass der Film diesen Weg geht, ein wirklich super sperriger Film zu sein, erreicht er halt leider nur ein kleines Arthouse Publikum, was glaube ich dann sehr viel da reinlesen kann, aber er reicht halt leider nicht eine große Menge, und das ist halt irgendwie super, super schade, weil es glaube ich super viel wert wäre, wenn ein westliches Publikum sich nicht immer nur Filme aus den USA angucken würde, und denken würde, das ist die Welt, weil so ist sie ja nicht. Ja, das ist das, das ist ein großes Problem, ey, das ist, oh, ich sehe letzte Zeit auch häufig Filme, die wahrscheinlich eher für das Arthouse Publikum sind, und da kommt noch einer, geht es um einen Lama und ein Gewehr, der ist richtig stark, und ich glaube leider auch, den wird kein Schwanz schauen, das wird untergehen noch und nöcher, und der ist, oh, ich finde den so schön, weil da wird gerade der westlichen Welt auch so ein bisschen der Spiegel vorgehalten, ne, und da kann man so viel rausziehen, und der ist auch, der ist leicht, der ist halt nicht wie hier, sehr schwer zu verstehen, der ist wirklich einfach zu verstehen, äh, ich sag mal, da reicht dir ein ganz normaler Schulabschluss, dann kriegst du da schon hin, aber, ey, das wird leider kein Publikum werden, das ist halt, das ist die Krux an der Sache, wir wollen Filme, die uns ein bisschen fordern auch, ne, nicht nur irgendwie was Dummes hingeklatscht, dann beschweren wir uns auch, aber dann will vielleicht die große Masse da nicht mit hin, weil, ich sag mal, wir beide gucken uns so viele Filme an, da willst du auch mal ein bisschen gefordert werden, und andere Leute gehen halt dann mal ins Kino, hauen dann ihre 20 Euro auf den Kopf, oder wenn das mal reicht heutzutage, und wollen einfach nur wirklich zwei Stunden, eineinhalb Stunden Kopf ausschalten, ne, das ist halt schade. Ich freue mich richtig, dass dir der Film gefallen hat, weil den habe ich auch schon auf meiner Watchlist, und ich bin, ich befürchte, dass der hier nicht laufen wird, ich kenne, also, ich wohne in Oldenburg, ist eigentlich eine Unistadt, und man sollte denken, mit so einem Multiplex Kino und so zwei Programm Kinos sollte hier viel laufen, aber viel läuft hier dann leider doch nicht, aber habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ja, dieses, also, was ich dem Film irgendwie positiv anrechnen möchte, ich finde, das Klischee vom Arthouse Film ist ja immer so ein bisschen, dass es sehr trocken ist und sehr ernst, was dieser Film auch ist, aber er hat einen Humor, also ich finde, ich habe immer das Gefühl, Blockbuster müsste eigentlich ernster sein und Arthouse Kino müsste ein bisschen locker leichter sein, und zum Teil macht der Film das auch, und das will ich dem auch irgendwie anrechnen, aber, also ich habe auch schon in der Sneak Review Love, Lies, Bleeding geguckt, was auch in Richtung Arthouse geht, aber auch da, das ist ein leichter Arthouse Film, ja. Aber der steht mir noch aus, da will ich auch noch reingucken. Aber was, ja, was machen wir mit dem Film? Wir hoffen, der kriegt ein Publikum. Wenn du nichts weiteres zum Film hast, über den Film, mit dem Film, um den Film herum, keine Ahnung, würde ich zum Fazit kommen. Können wir machen, es sei denn, du möchtest uns noch irgendwie irgendwas zur marokkanischen Situation schildern, um uns, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Werkzeug oder dem Publikum ein Werkzeug an die Hand zu geben, wie man diesen Film vielleicht so lesen kann. Okay, jetzt bohle ich vielleicht noch ein bisschen die Gruppe, aber egal. Ich habe nochmal nachgeguckt, was die da haben, ob die eine Demokratie haben oder sonst was und die haben eine konstituelle Monarchie, sprich, die haben einen König, haben aber trotzdem Wahlen. Das heißt aber, der König bei denen steht trotzdem über allen. Der ist ganz oben über allen Sachen drüber und ja, es ist schon ein sehr armes Land und für mich war es noch ein bisschen zu wissen, warum und wieso gibt es denn in dem Land Flüchtlinge, weil ich jetzt im Kopf nicht hatte, dass er jetzt gerade Krieg oder sowas ist, aber die sind halt alle sehr verarmt und ganz viele oder mehr als die Hälfte sind es jetzt, glaube ich, der Leute, die jetzt eine gute Ausbildung haben, dann doch haben, die stehen trotzdem existenzlos da, weil es halt keine Arbeit dann wieder gibt oder nicht genug Geld für die und darum sind das ja, Wirtschaftsflüchtlinge schon eher das richtige Wort dann für die Leute. Zudem werden da halt oder das Artikel von 2018, nicht auf Richtigkeit für dieses Jahr beziehen, aber da wurden halt auch noch Homosexuelle verfolgt und manchmal auch politisch Andersdenkende, was natürlich so ein Parteiensystem dann auch absurd umdreht. Ja, das ist, glaube ich, ein schwieriges Land, aber ich, was ich rausgelesen habe, geht es da mehr um den Wirtschaftsaspekt, dass die Leute da dann überwiegend dann auch weg wollen, weil es da keine Perspektive gibt und aber was in neuen Artikeln war, dass die sozusagen gerade im Moment auch sehr viele Flüchtlinge aus anderen Ländern um sich herum aufnehmen, weil die dann nicht nach Europa kommen, sprich, die machen diesen Stopper, klingen da wohl von den europäischen Ländern oder der EU wohl Geld und dadurch haben sie aber dann ganz Flüchtlinge bei sich, was natürlich da auch in einem Land, das nicht sehr reich ist, auch schwierig zu handeln ist, irgendwie noch Leute aus anderen Ländern noch mit einzugliedern. Ja, schwierig. Ich glaube, da ist die Lage gerade nicht so rosig. Darum, das ist so das, was ich über Marokko jetzt in der Kurzrecherche von 25 Minuten mal rausgesucht habe und dadurch fand ich den Film noch ein bisschen eindringlicher, weil mir da noch klar wurde, okay, das Land hat auch wirklich wenig Geld und ist dadurch vielleicht auch noch ein bisschen mutiger, nochmal so einen Film zu machen, der da noch kritischer mit sich auseinandersetzt. Ist ja auch immer schwierig für einen Filmemacher, gerade wenn er aus dem Land kommt, Film über so ein Thema zu machen. Da weiß man ja auch nicht, was da los ist. So am Beispiel von Iran kriegt man das ja öfter mit, dass die Filmemacher von dort oder Filmemacherinnen da sehr, sehr schwer haben, den Film zu machen, wie sie wollen oder dann auch mal ein Ausreiseverbot bekommen oder so. Da sind andere Themen wichtiger. Das ist bei uns in der westlichen Welt wirklich einfacher. Du kannst den Film über jeden Scheiß machen und deine Meinung rauskotzen sozusagen. Das ist einfacher. Aber dennoch würde ich sagen, zumindest nach Marokko ist bestimmt eine Reise wert, weil es sind wunderschöne Ecken. Das habe ich auch bei der Recherche bei ein paar Bildern gesehen. Ist ein schönes Ding, aber für die, die da wohnen, glaube ich, nicht ganz so einfach. In den größten Teilen. Es gibt natürlich auch schöne Ecken, wo die Leute natürlich Arsch vor Geld haben, nur die meisten halt nicht. Das wäre so zu Marokko jetzt so ein kleiner unangelesener Diskurs. Voll gut. Ach, dafür doch nicht, dafür doch nicht. 2,30 Euro. Dafür kriege ich ein Haus in Marokko. Gott, war der schlimm. Jetzt, aber lass mal zum Fazit kommen. Machen wir. Bevor ich um Kopf und Kragen rede. Ja, ich lasse dir gerne Vortritt. Hau raus. Ja, genau. Vielleicht noch ein Anschluss an das, was du gesagt hast. Es ist natürlich super gut, dass ein deutscher Filmverleih sich halt auch einen Film aus Marokko schnappt. Weil ich glaube, wenn wir mal gucken, was wir für Filme gucken, dann sind das, also ich glaube, das meiste sind wahrscheinlich US-Filme und dann vielleicht ein paar europäische Filme. Das ist, glaube ich, einfach super, wenn man sich selber so ein bisschen den Horizont erweitert und einfach mal Filme aus anderen Ländern guckt, um so ein bisschen andere Erfahrungen, Kulturen, Sehgewohnheiten, Perspektiven etc. pp zu lernen. Also das finde ich schon mal super. Ja, dieser Film, ich fand ihn halt wirklich, der ist sehr langatmig, stellenweise dann leider auch langweilig. Ich habe den Humor, ich verstehe, was dieser Humor sein möchte, aber er hat leider bei mir zu selten gezündet und auch dann diese, ja, dieser, ja, weiß ich nicht, surrealer Trip ist es eigentlich auch nicht, weil dafür ist der dann doch zu geerdet. Aber dieses, ja, ich weiß auch, ich finde es auch selber schwierig zu beschreiben, was dann in dieser zweiten Hälfte passiert. Ich finde das alles irgendwie bemerkenswert. Ich möchte das, eigentlich möchte ich den Film mehr mögen, als ich ihn dann leider mag und das ist irgendwie, ja, also wenn man halt mal gerade, glaube ich, für ein Publikum, was sonst damit eher wenig Kontakt hat, einfach mal angucken und ausprobieren. Ich habe auch schon unter dem Trailer auf YouTube gesehen, gesehen, dass da einige, die in der Sneak geguckt haben und irgendwie nach der Hälfte rausgegangen sind. Ich kann das irgendwie verstehen, ist natürlich trotzdem schade. Also ich würde nicht sagen, das ist irgendwie, man kennt ja YouTube-Kommentare geschrieben, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, wo ich denke, nee, also dann guckt euch mal einen Asylum-Film an, das ist was anderes. Das ist schon faszinierend. Also ja, ich finde, man kann den angucken, ich würde den aber nicht nochmal gucken und der wird auch nicht so in meinen Top-Filmen des Jahres landen, aber irgendwie, ja, ich bin super zwiespältig, bereue nicht, dass ich den geguckt habe, aber begeistert bin ich auch nicht. Jetzt habe ich super viel zu lange rum lamentiert. Mach du mal. Ich habe gerade überlegt, was seid ihr jetzt noch? Du hast sehr viel Schönes gesagt, gerade auch davor noch vor dem Fazit, definitiv versucht, euren Horizont zu erweitern bei Filmen und ja, wir meckern alle über Netflix, aber das machen die ja wirklich ganz gut, dass die auch aus vielen erschienenen Ländern mal Filme mit ins Sortiment reinnehmen und da kann man auch mal ein bisschen mal reinschauen. Hin und wieder findet man die ein oder andere Perle. Aber zu dem Film, ja, er ist deutlich zu lang meiner Meinung nach mit sehr guten zwei Stunden. Er hat halt diesen harten Cut dann irgendwann, wo das Genre komplett wechselt. Was ich interessant finde, für mich dann aber nicht mehr so geklappt hat, weil Western null mehr Genre ist. Ich glaube aber schon, dass gerade Freunde von sozialkritischen Komödien und sehr viel Sitzfleisch da doch mal ein Kinoticket lösen könnten und ich sag mal, ey, der Film kommt am 27.06. raus, es ist heiß draußen, es ist schwül. Leute, ich sag mal, die kleinen Kinos, die den bringen werden wahrscheinlich, sind eh nicht so teuer, löst ein Kinoticket, da drin ist schön kühl und ihr habt vielleicht auch ein bisschen Spaß bei dem Film. Ich finde den auch von der Kamera topnotch, es sieht super schön aus. Ja, er hat mich zu wenig an die Hand genommen beim Storytelling, aber drauf geschissen. Es ist eine leichte Empfehlung für Leute, die wirklich so einen kleinen Arthouse-Touch sowieso schon haben oder für Leute, die vielleicht mal ein bisschen was anderes sehen wollen und einfach mal sich denken, scheiß auf EM, ich gucke mir jetzt mal zwei Stunden Film im Kino an, über zwei Stunden. Das ist, das ist finde ich immer ein guter Tipp, statt EM lieber einen Film gucken. Ja, manchmal. Ja, ich habe dieses Jahr auch wenig, aber da ist ein ganz anderes Thema, wenn ich jetzt mit EM noch anfange und Wieso und warum ich wenig geguckt habe, ist egal. Ja, es war für mich wieder ein freudiges Couscous-Essen mit dir. Ich kann nur noch dazu sagen, beim Telestamm, es gibt noch viele andere super Podcasts. Wir haben super andere Kolleginnen und Kollegen, die sich auch den Mutfuselig für euch reden, über Filme, auch manchmal Comics und natürlich auch Serien-Recaps. Die könnt ihr natürlich bei jedem Podcast-Catcher finden, den es gibt und halt überall, wo es Like gibt, könnt ihr uns auch gerne liken, kommentieren und auch Fotos schicken, was ihr möchtet und natürlich auch auf unserer Homepage www.tele-stammtisch.de Da sind auch noch mal alle Podcasts aufgetröselt. Ihr habt hin und wieder auch ein paar schöne Gewinnspiele, wo ihr mitmachen könnt und seit neuesten haben wir auch, neuesten ist jetzt gut, seit ein paar Monaten haben wir jetzt schon einen Discord-Server, wo auch alle unsere Fans und auch Leute, die einfach gerne sich über Filme unterhalten, zu uns kommen und das macht auch mal Spaß, Leute. Kommt aus dem Discord-Server fragt uns aus. Da gehen wir auch mal in den Austausch, gerade über Serien, über Star Wars sehe ich da sehr viel. Also ich lese es nicht, ich spule es weiter, weil es nicht mein Thema ist, aber da steht immer sehr, sehr viel drin. Über jeden neuesten News, Wörter werden euch ja aufgeklärt, da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Ich sage jetzt einfach schon mal schön, ich mache mal jetzt keinen Minztee, ich mache mal einen Pfefferminztee und gehe ins Abendprogramm und das letzte Wort gebührt natürlich heute, ich darf es auch mal wieder sagen, meinem Gast Johannes. Ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker und trinke halt super gerne Tee und ich mag da immer alle möglichen Varianten von Früchtetee und aktuell ist schwarze Johannessbeere und Kirsch mein Favorit. Also probiert das vielleicht mal aus. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.